Also da sind wir jetzt wieder auf der Games Convention. Neben mir ist Scott McMillan, aka Skull, von Method. Und er ist heute gegen Nsidia, gegen Tungen, Battle of the Protection Warriors. So, wie hast du dich vorbereitet? Wir haben zwei Praxis-Runs, die letzten zwei Resets, aber wir haben zwei verschiedene Setups. So, das ist unsere Preparation. Was hast du auf die ganze Zeit gefangen? Wie hast du auf der Suche focused? Um, um, wie können wir die Worte mit einem Minimum An減ungen machen? Wie können wir die Worte mit einem Minimum Anmerung machen? Wie können wir die Worte mit einem Niemlichen Weg machen? Aber du bist immer die einzige Gilder, die mit zwei Healern spielen? Wie bitte? Aber du bist immer noch die Worte? Obwohl wir uns nicht auf der Worte machen, aber ja. Wir sind einfach nicht able to spielen. Wir sind einfach nicht able to spielen. So, two healers es ist, das ist es. Was bedeutet es für dich, gegen Nzidia zu spielen? In dieser 1-on-1-situation? Usually, du hast nur die erste kill. Was bedeutet es für dich, zu zeigen, dass du die bessere Guilden bist? Es ist sehr spannend. Kreen ist einfach nur auf der Dino da. Aber ja. Es wird spannend, es wird Spaß. Hopefully, wir werden das. Ich wünsche dir alles gut. Und wir werden uns in der Mitte sehen.